Hi Leute und herzlich willkommen bei dem großen Finale bei der letzten Folge von Pirate Warriors, bevor es dann endlich mit dem zweiten Teil losgeht. Und joa, wir werden die Mission nicht schaffen. Das kann ich jetzt schon mal versprechen, aber wir werden Spaß haben. Wir werden es zuerst mit Lysop versuchen und dann mit ein paar anderen Charakteren. Joa, mal schauen, was uns diese Mission so alles bringt. Deswegen, ähm, ich sollte ja alles auf Defensive machen, also machen wir das auch mal. Und es gibt keine gescheiten Münzkombinationen, die großartig die Defensive verbessern, weswegen ich jetzt einfach hier drauf gehe. Ich hoffe, das ist okay. Aber ich schätze mal, dass es okay ist. Keine Ahnung. Äh, hat sie irgendwas? Nö. Aber wir kriegen dadurch ordentlich viel Leben dazu, also... Ich mach mir dann nicht mehr so viele Sorgen. Hier, Linda, und... Äh, joa, why not, Jaboda? Und haben wir hier noch irgendjemand, der... Joa, vierk, 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 Technik. Können wir definitiv auch ganz gut gebrauchen. Joa, doch, doch. Passt, denke ich. Und wir kriegen da schon mal ein ordentlicher Batzen an Leben. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig. Wir haben noch mehr Münzen, die Leben geben. Das reimt sich sogar irgendwie. Oh, das... Die arbeiten sogar zusammen. Mit Wasser arbeiten die zusammen. Also wahrscheinlich Marine oder so irgendwas. Egal, nicht wichtig. Ähm... Was haben wir hier noch alles? Nein, die arbeiten nicht zusammen. Teleschnecke. Ja, machen wir noch die Dreieck, Dreieck, Dreieckangriff besser. Das hat doch schon mal ordentlich viel Leben gegeben. Mal schauen, ob das wirklich, äh, was bringt. Aber, ja, mit, äh, so unterlevelt erwarte ich da nicht arg viel. Aber, ja, probieren wir es mal aus. Die letzte Mission. Was wird es wohl sein? Nein, ich bin stark gespannt, wie lange wir überleben werden. Hakaino. Okay. Ach komm, Lissop. Wenn du deine... Wow. Okay, das sind einige Gegner. Okay. Erreiche 999 neuen Chaos. Ich bin mir sehr gespannt. Und ich bin auch gespannt, wieso ich diese Mission unbedingt mit Lissop machen sollte. Aber gut. Ohne, ob ich das überhaupt zu weit schaffe. Aber gut, wenn das nur solche Gegner sind, mache ich mir da keine großen Sorgen. Das ist halt... Da hätte ich doch lieber Soldat Recovery Items benutzen. Ups. Na gut, machen wir es so. Bam. So machen wir halt recht wenig Schaden. Aber geht ja eigentlich sogar noch. 9000... Fuck the fuck. Nein, das werde ich nicht schaffen. Das tut mir leid. Aber 9999, das wird eine ordentliche Weile dauern. Bam. Okay. Schauen wir mal. Wahrscheinlich ist das einfach nur eine Mission, um hier ein bisschen... Ja, Zeit vertrödeln zu können. 100 Chaos. Yeah. Das wäre wahrscheinlich perfekt für den Livestream oder so. Wenn ich das Game nur streamen könnte, was ich wirklich kann. Wobei, mit der anderen Streaming-Methode für Spiele, wenn ich nicht das benutze von... Hauphauke. Also von dem Hersteller meiner Capture-Card. Ging es ja letztes Mal besser. Aber ich glaube es recht trotzdem nicht. So. Ich würde mich gerne... Also mich würde ich gerne mal interessieren, dass ihr da so für Rekorde habt. Bei den ganzen Herausforderungen. Also feel free. Könnt ihr gerne mal in den Kommentaren hinterlassen. Bam. Ob jetzt in der jeweiligen Folge zu den Herausforderungen oder ohne dieser Folge ist... Es ist mal egal. Wie sieht es eigentlich aus? Ich kann ja jederzeit weitergehen. Ich habe ja auch keinerlei... Äh... Hier Zeitlimit. Das heißt hier... Erholungs-Items wären hier ja voll okay. Okay. Ich überlege gerade, ob ich neu starte. Also vor allem das mit jeder 100 Gegner gibt es mehr Angriff und so. Doch, ich glaube, hier gibt es deutlich bessere Kombinationen, die ich hier an Münzen machen möchte, als rein... Ähm... Ihr wisst schon. Ha. Ich meine 9999, das wird nicht so leicht. Das werde ich nicht in einer Episode schaffen. Ähm... Ja, machen wir einfach mal Münzen platzieren. Okay. Alle nochmal weg hier. Bäm. Äh... Ich möchte... Das hier. Auf jeden Fall mal. So, dann möchte ich... Halt. Äh. So. B-b-b-b-bam. Ich wünschte, man könnte hier nachdenen, die man schon bereits hat. Das bringt mir... Nichts. Das sind genug Gegner, die kriege ich immerhin. Ich brauche... Das hier. Genau. So. Und dann brauche ich noch... Was noch? Was noch? Döp-döp-döp-döp-döp-döp-dö. Das garantiert nicht. Nein. Aufladen soll brauchen wir auch gerade noch nicht. Haben wir nichts zum Aufladen mit Lysop. Äh... B-b-b-b-b-b-bam. Das hier. Jäger der Liebe. Perfekt. Bam. Und bam. So, ich würde sagen, das ist doch mal eine gute Kombo für diese Mission. Also, let's go. Ne, wirklich. 9, 9, 9, 9? Gott, das muss man ja ewig spielen. Aber ich wollte euch ja eh nur alles zeigen. Also, versuchen wir mal unser Bestes. Vielleicht durch diesen Bonus und so. Überlegt mal, wenn das wirklich jedes Mal ansteigt. Die Mission scheint mir wirklich nicht arg schwer zu sein. Einfach nur 9, 9, 9 zu killen. Schön, wenn einem mal langweilig ist. Bam. Aber glaube ich nichts, dass ich einfach so mal in eine Episode reinhauen kann. Alles komplett. Wobei, das wäre natürlich mal ein Special wert oder so. Bam, bam. Wobei, nicht heute. Nicht heute. Dafür habe ich gerade nicht so viel Zeit. Bam. No, 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 no. So. Please. Ich wünsche dir doch mal den zweiten Special Angriff von Nusshop, wenn er überhaupt einen hat. Ich schätze mal, dass er einen hat. Bam, bam, bam. Ähm. Okay. Yes. Also, es kann auf jeden Fall nicht so schnell was passieren. Außer die Gegner ändern sich irgendwann komplett. Aber ich glaube mal nicht. Aber ich glaube mal nicht. Bam. Damit haben wir 100. Es gibt auch Münz-Kombinationen, die diese Kombo an sich belohnen. Und das, was jetzt im Moment bei mir bei 136 und so ist. Ich könnte mir vorstellen, dass dafür der Effekt besser ist und so. Aber es ist natürlich auch sehr leicht, wie da zu unterbrechen. Bam, bam, bam. Was war das? Ich weiß nicht, was das gerade war, aber es sah cool aus. Siehst du? Was? Was? Die Kombos? Mach da? Moment. Na, hol mir mal. Das ist ja wieder. Aber es macht auf jeden Fall recht fun. Vielleicht haben wir das mit 999 tatsächlich schneller als gedacht, ehrlich gesagt. Wir haben ja nach 3 Minuten schon knapp 250 und so viele Heiligenstände. Das gibt es ja nicht. Wenn ich mir überlege, dass ich bei jedem 5. mehr Angriff kriege, was ja definitiv am wichtigsten ist. Meine Verteidigung muss mir jetzt erst mal vollkommen. Bam. Wow. Und damit kann ich auch gleich nochmal. Perfect. Beinahe perfekt, irgendwie. Ich weiß nicht, was ich jetzt so sagen soll. Es ist einfach nur ein Schlachtfest. Das macht schon Fun, muss ich sagen. Bam. Schade, dass man die Mission nicht zu mehr spielen kann. Das wäre auch was Schönes gewesen. Bam. 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 Ich bin jemand, ich mag es echt, Koop-Spiele zu spielen und so. Ich finde, selbst einen Koop-Modus, der nicht unbedingt, so viel Sinn ergibt. Rein, weil es ihn gibt, ist das Spiel für mich meistens schon mal sehr viel besser. Wir machen mal das hier. Einfach nur, damit ich hier wieder Special-Angriff machen kann. Wir können ja auch ruhig alles einsammeln. Wir kriegen auf jeden Fall genug Gegner zusammen. Da brauche ich mir, glaube ich, keine Sorge machen. Okay. More Enemies. Aber natürlich kann das Spiel bei weitem nicht so viele Gegner darstellen, die nötig gewesen wären. Bam, 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 bam. Und wir können her. Wow. Ich glaube, ein Kill gibt uns schon mehr als genug, um wieder einen neuen Spezial-Angriff zu machen. Schaut mal, wie viele Eisezieher sind. Das ist ja total übel. Bam. Oh, Crocodile ist auf dem Schlachtfelder schienen und ein paar Marineanführer. Nope. Du wirst mich nicht treffen. Und da ich mich selber verstärken kann, muss deshalb gar nicht mal das Level haben. Very nice, very nice. Ich weiß nicht, wo Crocodile ist, aber mir erst mal egal. Ich habe mir schon die Leute hier. Aber, macht da auf jeden Fall damage. Ähm. Ich schätze mal schon, dass es gegen Ende recht schwer wird. In dem Jahr. Okay. Ähm. Crocodile, wo bist du? Keine Ahnung, wo du bist. Aber offenbar sollen wir erst mal den da besiegen. Oder auf jeden Fall auch besiegen, vielleicht. Das ist ein besseres Wort. So. Aber wir müssen sowieso alle neuen, 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 neuen Kombos machen. den können wir die auch gleich mitmachen wenn wir die aber sonst nicht hier nicht und dann dann bist du auch tot jetzt wurst krokodil nicht mal angezeigt es gibt auf jeden fall ordentliche erfahrung als der fahr also ja mit dieser mission kann man definitiv auch gute erfahrung sammeln ich suche mal nach krokodil hier nach rechts vielleicht wo bist du krokodil ach da oben ist er okay jetzt sehe ich ihn erst er war glaube ich hinter dem symbol da na toll da oben habe ich noch keine gegner besiegt da sind noch keine heilgegenstände was soll das da möchte ich nicht gegen dich kämpfen da habe ich doch keine chance ich jetzt soll alle heilgegenstände einsammeln nein nein ich nicht weil ich glaube das kennen wir schon ich bin mir gerade nicht mehr sicher aber egal genießen wir es trotzdem weiß ich noch nicht wieso ich das ist unbedingt mit dem stop spielen wollte sollte so rum doch das kennen wir das intro für den sand effekt so cool okay ach verdammt ja so kann keine chance krokodil ich kann natürlich mit ihm genauso dasselbe machen wie mit luffy auch kein problem nein so kriegst mich nicht so leicht und weil ich so gut kann mache ich auch gleich noch mein special ich glaube ein paar können wir auf jeden fall besiegen wir sind schon bei 700 also ja es wird lang dauern aber glaube ich tatsächlich in einem normalen spielstand machbar wenn man genügend zeit dafür hat wenn ihr das mal komplett sehen wollt könnt ihr es gerne mal in die kommentare schreiben so als extra episode wäre ich da schon bereit das zu machen ich schätze mal dass wir hier nach und nach alle ähm bekämpfen werden das wird so ziemlich cool schätze ich ey das wollte ich nicht aua nein verdammt wieder Hilfe Lassen wir mal bitte ein bisschen sp thank you ich möchte krokodil hier besiegen bäaam aber ich habe glaube ich verstanden worum es hier geht in dieser mission nein, 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 nein sorry Rezart of Spada funktioniert bei Lusopp nicht Wieso? I don't know just because okay okay dann zieht sich also zurück na gut, dann bleiben wir halt mal hier wir haben hier, ja, Moment ja, auch genügend Gegner 1082 oder sowas ne, wir sind bei 836 bam 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 ich habe hier vorhin das Thrombometer damit verwechselt tut mir leid ah hallo Gegner kommt zu mir ihr könnt mir nicht man kriegt aber echt wenig Erfahrung eigentlich dafür, dass man so viele Gegner besiegt what the fuck ah gut, die sind auch nicht sonderlich stark aber trotzdem ich schätze mal bei 1000 von der nächsten richtigen Gegner hinter uns haben wir sogar schon ein richtiges ähm Festmahl angerichtet beinahe an verschiedenen Dingen bam nice stop 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 okay äh äh ich sollte mich gar nicht um die einzigen Gegner kümmern ehrlich gesagt ich glaube ich kann einfach hingehen und immer meine ganzen Puma hier einsammeln weil ja für jedes fünfte wird unser Angriff erhöht und so wir kriegen sowieso genug also von dem her powern wir mal ein bisschen auf oder why not wir sind am Ende da so unbesiegbar ich fahre mich ob es da dafür ein Limit gibt muss es ja beinahe immer wenn es sowas gibt äh gibt es auch ein Limit wie stark man durch die Münze und so werden kann bam 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 wir machen immer noch nicht so viel Damage also noch ist alles noch im Normalbereich bam wobei mein dritter Angriff macht schon heftig viel Damage oh Mihawk ist aufgetaucht äh doch darfst du dich einmischen natürlich darfst du dich einmischen hallo ich erwarte davon dass du dich einmischen okay aua das tut mich weh überhaupt nicht was für eine Präsenz ok so machen wir gleich mal einen Angriff auf Mihawk so wir haben auf jeden Fall auf ihn mal festgelockt gelockt und damit können wir noch richtig gut fertig machen aber verdammt beinahe gut fertig machen und er macht auf jeden Fall viel Damage oh ich liebe das wie viele Gegner davon mit drauf werden einfach von Lysops angegriffen bam so das macht auf jeden Fall wieder ein bisschen Damage könnte bitte wieder mal ein paar Items hier fallen lassen irgendwie oder nicht ok wenn nicht dann halt auch ok so machen wir mal die Gegner hier platt ich brauche Leben bam so machen wir mal ein bisschen Sakuretz und ja Mihawk sollten wir auf jeden Fall noch schaffen ach verdammt das reicht nicht wirklich mit dem kleinen boah es trifft so viele Gegner gleichzeitig dieser ähm거를 soll das weil schon wieder explodieren aber das tut übrigens weh wusstest du das nicht miyork und bei 1100 bau okay gib mir ein bisschen sp dankeschön damit kann ich gleich wieder angreifen hahaha ich glaube vielleicht soll ich deswegen mit deshalb machen einfach weil er hier verdammt stark ist scheint mir fast ein bisschen op oder so naja egal und wir haben noch ein bisschen heilungseite wie wir das diese ganzen sprüche von lissab und so so ist auch gleich tot du kannst übrigens auch gleich sterben also würde ich gerne sagen ich weiß nicht wie viel mehr für den nächsten gegner brauchen noch mehr noch ein bisschen solange ich lust habe macht echt fun muss man sagen bambam bambam okay okay ja ob da noch mehr bossy kann auftauchen bitte bitte recht schnell so wieder ein bisschen sp auf oh das sieht so cool aus allein nicht deswegen wollte ich da unbedingt diese münz kombination nehmen bisschen spannend oder wie viel cooler das einfach aussieht wenn hier alles so leuchtet auch das war übrigens vollkommen daneben na gut wir haben ja unendlich viele versuche wird uns nicht so schnell ausgehen auf jeden fall ob der erfahrungsbonus münz kombi ding da hier was bringt frage ich mich ich bin auf jeden fall gespannt darauf wie er sich beim neuen spiel spiel wird hahaha bei pirate rorest 2 bin so gespannt weil wie gesagt ich mag ihn in unlimited world red wirklich sehr ja das ist einfach super nützlich gegen manche boss bambam bambam wow ist einfach instant äh sp wieder voll ist ja echt übel wuhuu oh luschi hi luschi äh nicht ja luschi ja das ist nicht luschi tut mir leid das ist chabu da auch wenn luschi genauso aufgetaucht ist aufgetaucht ist ja so ich bin der wahre lügenkönig thank you und das ist auf jeden fall die beste kombo eigentlich so die meisten siegen bam jetzt ok kennen wir schon sehr das ist eine coole kombo nein das ist wo du hin bist aber egal ich gebe wieder mein sp zurück ah verdammt ich habe gerade in die luft gestiegen als ich das machen wollte da aber ich kann ja instant wieder aufladen hell das ist äh ziemlich übel das muss man schon sagen das ist übrigens auch ruhig treffen nein ich bin 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 ich muss ja eigentlich mal die kampfliste nicht anschauen für hier steuerungs tutorial ne steuerung ansehen war es ok was haben wir denn hier noch flammen sterne bla 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 ok ok viereck 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 ist das ok ist doch per man flammen ball viereck viereck dreieck dreieck ok ok cool ab das war das wahrscheinlich so egal das haben wir auch geschafft aua dann haben wir keine sp mehr für meinen spezialangriff obwohl ich den voll erwartet habe so sehr schön da haben wir bam so der ist auch tot super das sind ja noch ganz viele andere aufgetaucht das heißt wir werden uns mal auf die suche nach den anderen auf der suche nach den anderen gegeben damt 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 das bruder ich gebe nicht vor zu kämpfen so so bam oh genial und dann gleich noch einen kombinationen naja wir können ja echt extrem gut kombinationen machen das ist ja nicht mehr nett die hälfte mit einer kombination abgezogen ach beinahe so und sorry auch wenn du gerade in einem spezialeingriff warst ich werde dich unterbrechen nein 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 aua das hat übrigens weh spezialeingriff hoch na gut machen wir noch einen spezialeingriff für bruno ich schätze mal mit diesem ganzen boost wo ich habe wird das echt nicht extrem lange dauern auch wenn das weit über episoden länger und da ich nicht abspeichern kann auch über die länge die ich heute spielen kann geht aber kann man auf jeden fall machen macht auch richtig spaß einfach um komplett alles aus dem krack da rauszuholen ist diese mission schon genial ich würde auch sagen wir gehen gleich mal weiter und lassen die ganzen heiligenstände hier leider liegen muss ja nicht alles sein immer und barbara lucia mit immer noch nicht getroffen also da ist wahrscheinlich ganz am anfang oder so na gut ja da ist er ja ja im nahkampf vielleicht gut dass ich im nahkampf nicht viel drauf habe und lieber auch fernkampf hier verdammt ja ich kann nicht mal ihn treffen aber das hat nicht weh überhaupt nicht ich bin doch mal ein bisschen was an heiligenstände bitte alle zusammen okay bin ich gleich tot wenn das so weiter geht der macht mir zu viel damage achso wahrscheinlich hier angekommen übrigens würde ich gerne das highlight mit da einsetzen aber ich kann da ja nicht hinlaufen offenbar nö ich krieg's gerade nicht hin da hin zu laufen ja endlich jetzt bin ich auch schon fast tot nein tut mir leid ich würde sich doch gern besiegen eigentlich so als abschluss der episode da kommt mir davon schon echt die zuglose das gefällt mir nicht okay zeigt sie uns nur bam 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 nope sorry so leicht dass ich sie nicht hier auch shit ja ähm hier blöcke und so blockieren den angriff übrigens also das nicht schon euch gedacht habt nach diesem angriff ja so bam beide treffen natürlich wieso nicht ich bin gerade gegen einen beiner gestorben deshalb kann ich ja ganz locker hier beide bekämpfen ohne probleme so bam 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 so thank you I need more life that's why I'm doing this oh Arkainu ist erschienen what the fuck so please give me something to heal das ist super das ist super äh hab ich den gerade besiegt ich sehe keinen keiner der beiden mehr okay ich schätze mal ich hab's geschafft auch nicht schlecht von mir aus gerne bam 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 so gehen wir hier durch zu arkainu und schauen wir uns den auch noch an weil weil kennen wir auch schon glaube ich hoffe ich mal aber man kann hier relativ gut stehen bleiben an einer bestimmten stelle 2.000 bam 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 aber ich habe auf jeden fall noch nicht jede kombination drauf mit stop it ich benutze meine invisible frame invisible frame verdammt das ist immer falsch so wow das hat mich nicht getroffen ok oh was war das für eine Attacke cool er muss es mit shuri kennen bam oh oh nein wie Lüster hat eigentlich noch keine Chance hat oder so also gegen Arkainu könnte er nicht mal er könnte ihn nicht mal kratzen aber das ist völlig egal in diesem spiel hier kann man jeden charakter genießen bam 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 aber was ist da im hintergrund gerade was auf damit so nehmen wir mal ein bisschen noch aufpower mit au das tut übrigens höllisch weh ok haben wir auf jeden Fall mal das hier und mal schauen wieviel wir damit kriegen bam weiß nicht wieviel aber schon ein bisschen was bam 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 so sind wir den auch noch kaputt oh Gott gut wir haben ihn geschafft bevor uns Arkainu hier fertig macht ok au naja beinah fertig macht nein tut mir leid ich bin schneller im aktivieren ok ah auf damit so bam Arkainu zieht sich zurück nice so was jetzt soll eigentlich jetzt mal so langsam aufhören ich muss noch einiges heute Abend machen hm ja ich würde sagen wir belassen es dann dabei bam 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 aber ja das ist schön dass dein Name Captain Lissab ist ich weiß ich kämpfe immer noch weiter obwohl ich gerade schon abkommene kommene moderieren wollte so rum ja 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 doch ja falls euch gefallen hat falls ihr noch den Rest davon sehen wollt vielleicht mal als Special Episode oder so vielleicht ja ja falls es euch gefallen hat wir mal liken falls es euch gefallen hat abonnieren ansonsten wünsche mir viel Spaß bei meinen anderen Let's Plays tschau Leute